Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder was extrem besonderes, nämlich das realistischste Minecraft-Haus, was ihr jemals gesehen habt. Und luxuriöseste wahrscheinlich ebenfalls noch. Ich hab dazu schon mal ein Video gemacht vor Ewigkeiten, aber dieses top das Ganze. Was es damit auf sich hat, das seht ihr jetzt nach dem Intro. Legen wir los, kleine Sache vorneweg noch. Hey, ich bin das Waki, falls ihr neu seid, mich noch nicht kennt, ich mach öfters coole Sachen rund um Minecraft und vergesst bitte nicht den Kanal zu abonnieren. A, wird mich sehr, sehr freuen und B, ihr kriegt dann auch sämtliches neues Zeug bei euch in die Abo-Box. Und hier oben sehen wir schon eine kleine Vorschau. Jetzt geht's aber los mit dem Video. So, da wären wir also. Das Ganze ist auf einem Server gebaut worden und ich hab auch einen Resource-Pack reingeballert, was zu dem Server gehört. Link dazu in der Videobeschreibung, auch die kurze Erklärung, wie ihr hier hinkommt und euch das Haus selbst angucken könnt. Das ist ein Build-Server aus Frankreich, ein französischer Server, deswegen steht er also französisch. Ich kann auch nicht so gut alles hundertprozentig verstehen, aber vieles kann ich mir so ein bisschen herleiten und dann, ja. Hier bin ich gelandet und jetzt legen wir mal los mit dieser kleinen Haus-Tour. Und ich sag euch, das ist wirklich das heftigste Minecraft-Haus, was ihr jemals gesehen habt. Also, was ich auch bis jetzt jemals gesehen habe. Richtig cool gemacht und hier vorne geht's rein. Hier ist der Eingang, Briefkasten, die ist das, wir tun mal so, als ob wir kurz hier reingelassen worden sind. Und das Besondere bei diesem Resource-Pack ist, es gibt verschiedene Models noch, die Sachen realistischer darstellen. Kleine Items, Skateboard oder sowas da oben. Da liegt ihr hier, da seht ihr auch solche Geländer, Ketten, aber da kommen wir gleich zu. Irgendwie hier, wofür immer das gut ist, kann ich euch sagen, Garage geht's rein. Mit Überwachungskameras hier oben auch, die zur Straße zeigen. Und die Pflanzen sehen halt hier dementsprechend sowas. Ist gut, dann gehen wir mal hier hoch. Schöner Boden mit Mustern drauf und so ein richtiges, luxuriöses Anwesen. So ein richtig kleiner Villa. Geh ich mal kurz hier rein und oh, bin ich direkt in der Garage gelandet. Und hier sind natürlich, hui, deftige Fahrzeuge drin. Die haben wir sogar an die Reifen. Sind das Bilder? Ne, sind auch Items. Jaguar haben wir drin. Da vorne geht die Garage auf und ja, man kann es ganz gut erkennen. Banner schräg, ich hätte vielleicht Glow-Song oder so reingelegt. Und hinten Redstone-Blöcke. Okay, die haben da einen roten Banner reingelegt. Und hier haben wir auch nochmal einen Jaguar, nur ein bisschen größer. Hier haben wir, oh, ich glaube, das ist ein bisschen technischer. Da steht ein Koffer rum. Und hier ist ein Drucker drin. Warum ist denn der Garage ein Drucker? Was druckt ihr denn hier aus? Okay, kann sein, dass das Resource-Pack sich geupdatet hat. Ich habe die neueste Version drauf von dem Resource-Pack. Und eigentlich müsste ich die aktuellen Texturen haben. So, gehen wir rein. Auch hier irgendwie nochmal, keine Ahnung. Willkommen. Alter, was hier alles rumsteht. Schau ich das mal an. Blumentöpfe oben drauf. So weit es geht, so gut. Aber hier stehen Fahrräder. Ein rotes und ein blaues Fahrrad. Einfach mal so random in der Ecke. Habe ich ja eigentlich nichts dagegen. Alter, Luxus, du kommst hier hoch. So, hier ist die Eingangstür. Welcome. Als Fußmatte. Und dann kannst du hier reingehen. Und die Tür ist auch etwas größer, wie man ja sehen kann. Ja, also es ist halt aufgemacht gerade. Das ist keine normale Vanillatür, sondern tatsächlich eine offene, vier Block hohe Tür. Und allein eine Deckenhöhe hier ist eins, so drei, vier, fünf, sechs Blöcke oder so. Okay, das ist heftig. Gehen wir mal rein. So, Eingangsbereich. Hier ist ein Korb mit, keine Ahnung, was man da reintun kann. Nochmal eine neue Blume, ein Gemälde an der Seite. Auch nochmal überall Blumen an der Seite und hier unten. Schuhe plus, das sieht aus wie ein Mini-Golfschläger oder Golfschläger oder Mini-Golfschläger. No idea. Du kommst rein, tust das Zeug raus. Eigentlich müsste ja so ein Schrank oder so sein, wo du Sachen reintun kannst. Ein Heizungskörper. Ein Heizungskörper fürs Gebäude. Holy Macaroni. Und hier ist, keine Ahnung, Gäste-Ecke oder irgendwie sowas. Eine Tafel für Notizen. So weit, so gut. Kannst hier in hocken oder auch hier drauf sitzen. Ist übrigens ein Bett anscheinend. Eine Bett-Textur. Also wie so eine Sofa-Textur. So, gehen wir mal ein bisschen rein. Schauen wir mal hinterher. Hier an der Wand. Da hängt ein Fisch. Eine Fisch-Trophäe. Nice. Dann gehen wir hier rein und, oh, guckt euch das an. Ne, das hier riesig aussieht. Also riesig im Sinne von ziemlich offener Raum und alles Mögliche. Dann gehen wir kurz hier rein. Hier haben wir die Küche. Einen Kühlschrank. Diesmal ein richtiger Kühlschrank mit Eiswürfelspender und Gefrierfach. Hier oben sind ein paar Bücher. Kochbücher oder ähnliches. Das sieht aus wie ein Toaster. Kann ich gerade nicht sehen. Kaffeemaschine. Boxen. Auch in Schränken unten drin. Und hier liegt einfach mal ein Tablet. Ja. Hier liegt ein Tablet drum. iPad. Wegen Apple Store. Ei, nicht schlecht hier. Das sind die Schränke. Auch wieder Deko, wo es dann hier rausgeht. Hopper benutze ich auch mal für Waschbecken und so. Da hinten noch hier vielleicht als Wasserhahn so ein Schalter dran. Hätte ich vielleicht eigentlich eins mal nach vorne gemacht. Oh. Habe ich hier Rechte? Kann ich irgendwo nicht. Ich mache nichts kaputt. So, dann, ähm, hier haben wir noch einen Brotkasten. Wir haben Flaschen. Kleine Fläschchen. Amboss. Und hier einen Ofen. Einen richtig großen Ofen. Mit einem Kessel, der draufsteht. Es sind so viele 3D-Models, die in dem Ressourcepack mit drin sind. Das ist echt heftig. Ähm, das ist richtig saftig. Eine Obstschale. Hier ist der Toaster. Ich habe schon gedacht. Toaster. Das ist wohl eine Lampe an der Seite. Und ein Korb mit Äpfeln. Sobald ich das richtig sehen kann. Oder rote Tischtennisbälle. Aber ich glaube, es sind Äpfel. Und auch wieder hier eine Heizung. In jedem Raum muss eine Heizung rein. So, dann kommen wir hin. Ein großer Kamin. Und, oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Fette Katana. Äh, unten auch mit dem, wo du es reinstecken kannst. Hier gibt es super viel zu sehen. Eine richtig große Kuckucksuhr. Wanduhr. Tischlampe. Hier kann man sich auch hier draufsetzen. Nein. Draufsetzen kann man sich nicht. Sessel mit zwei Kissen. Und hier ist nochmal. Okay, Ofen. Oh, ich dachte, ich kann schon hier bei Fernseher. Nein, das ist nur das Kaminzimmer. Auch mit einem Teppich am Boden. So einen kleinen. Und hier ist das Fernseher. Der Fernsehraum. Also Wohnzimmer letzten Endes hier komplett. The New York Times. Ist ja echt eine Zeitschrift drauf. Auch hier wieder hinsetzen. Volles Programm. Und ein Piano haben wir. Und das Piano ist komplett detailliert modelliert. Bis zum Getty Merger. Kann ich hier draufsetzen? Nein, kann ich auch nicht. Deko Gegenstand. Und ein Fan, der hier erstmal das durchbläst. So, dann Esstisch haben wir hier. Und an den Seiten natürlich hier die, für die Hausherren, ne? Teller. Also diese Matten sind halt Druckplatten. Oh. Ich glaube, man sollte nicht drauf gehen. Hier auch nochmal einen Schrank oder sowas. Und hier ist eine kleine Vitrine mit einem ausgestellten Teller, der die Welt, wo die Welt drauf gemalt ist. Okay. Decke ist schön mit den Pfeiltüren. Ey, das muss ich mir merken. Traptors an die Decke für schönes Muster. Ganz gut. Und hier hängt dann noch ein Hirschkopf. Habe ich auch vergessen. Es gibt so viele Models und volles Programm. Also, wir sind nicht bei Germany's Next Topmodel, sondern 3D-Modelle. So, hier geht's raus auf die Terrasse. Und hier sind auch, ähm, hier ist ein Skateboard. Einfach so random, ein Skateboard. Eine Kiste, die hier steht. Liegestühle für den Pool. Ja. Ja. Realistisch bis zum Gehtnichtmehr. Also echt schon. Hier sind hier so Ketten, dass du hier nicht runterfällst. Pool würde langsam so seicht reindaufen. Kannst hier vielleicht noch so Slaps oder so dran. Wird noch ein bisschen besser sein. Hätte ich gedacht. Und hier haben wir tatsächlich einen Spieler, der in einem, also einen Amor-Stand, der an einem draußen oder, ne, V-Schwimmreif schwimmt und in der Hand noch ein Cocktailglas hat, was sich reinzieht mit lila Flüssigkeit. Nice. Echt cool gemacht. Auch hier ist Beleuchtung von innen drin, ne? Gut. Und du kannst natürlich auch jetzt hier, weil wir sind der 1.13, schwimmen. Das heißt, ab sofort lohnen sich Pools, wenn man die in Häuser machen will. Oh yes. Ja. So, da, 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 da. Dann weiter geht's. Wir haben auch hier oben nochmal jemanden, der sitzt da. Ach, schön. Haus von außen. Fassade sieht schön aus. Die Umäuer sehen schön aus. Das hier ist noch ein anderes. Das ist ein Haupthaus und ein Nebenhaus, oder was? Ein Nebenhaus mit Raum und da steht nochmal ein Klavier drin, Buch-Dings. Okay, also ein paar Sachen von denen kennen wir schon. Nein, Billiardtisch. Okay, das ist wahrscheinlich die Man-Cave da letzten Endes hier drin. Und da fährt die Trommel zum Rumtrommeln. Ein ausgestellter Fächer. Sehr schön. Äh, hat irgendwie so ein paar Elemente drin mit der Katana und den Fächer oder sowas. Chinesische. So, dann geht's hier mal entlang. Auch hier nochmal Tische, Stühle, Fässer, volles Programm. Und hier ist ein, ist das ein Poolhaken oder so, womit du aus dem Pool was rausziehen kannst? Oder vielleicht für hier die Marquise oder so, dass du das dann drehen kannst. No idea. Auch hier war alles überwacht. Überall Überwachungskamera. Lege es dann raus in die Pampa, da will ich aber eigentlich nicht hin. Dann, hier steht, hm, keine Ahnung, was das da macht. So, dann, würde ich mal sagen, nächste Etage. Wenn wir die alle durchhaben. Ne, warte, fehlt noch was. Das ist ein Waschraum mit Waschmaschinen. Und, hm, ist das Geschirrspüler oder irgendwie was? Oder einfach gerne ein Waschraum. Da steht noch ein Schlitten drin und hier ist noch ein Wäschekorb, wo Sachen reinkommen. Hier sind Hausschuhe und Schlappen, die noch stehen. Cool. Und dann geht es hier durch. Und hier ist das Badezimmer. Hier haben wir eine richtige Kloschüssel. Mit Toilettenpapier sogar. Ohne eins mit, ihr wisst schon, Wolle. Ups. Okay, ich kann nichts aufhören. Dann liegen da noch, ähm, Klorollen am Boden rum. Dann, äh, ja, eine Dusche. Habe ich auch nichts dagegen. Und halt Spiegel. Vor allen Dingen. Spiegel ist ja schön gemacht in Form von Paintings. So, dann, hier gab es doch irgendwo noch, irgendwo ging es noch eine Etage hoch. Kann das sein? Ja, hier ging es nach oben. So ist die Treppe nach oben. Wunderbar. Auch Überheizungskörper und ein Teleskop zum Rausschauen. Ah, wunderbar. Hier haben wir nochmal Pflanze in der Mitte und schon wieder die beiden Stühle, wie wir sie haben, plus Teppich davor. Zum Außenfenster gucken. Okay, die sind vielleicht nicht so klug platziert. Na gut, die Häuser oder Großhäuser oder Luxushäuser oder Villen haben wir auch mal mehrere Badezimmer. Da drüben habe ich noch eben eins gesehen. Hier ist ebenfalls ein Schlafzimmer. Sieht aus wie ein jugendliches Schlafzimmer. Hier ist eine Dartscheibe an der Wand mit Pfeilen, die da drin hängen. Eine fette Sony und, ist das eine Playstation? Alter. Skateboard, Baseballschläger und Tennisschläger. Hier geht es nach hinten. Hier ist der Computer. Hoi. Ja, da kann man natürlich nichts gegen sagen. Hauptsache, dass mein iPhone liegt hier. Okay, das war jetzt so klar. Hier oben fette Boxen dran. Drucker. Und hier hinten nach... Das war ja, wenn man jetzt nicht dachte, wäre ein Ordner oder so. Aber na gut. So groß wie das iPhone im Verhältnis mit der Tastatur ist, dann ist das ja echt schon das iPhone 17 oder so. Naja, also auch krasse Sache. Als nächstes gehen wir mal ins nächste Zimmer rein. Das war immer so weit, es geht durch. Geht es eigentlich nochmal nach oben? Ich glaube nicht. So, jetzt nochmal ein Badezimmer drin mit auch hier wieder Spiegeln und Jalousien für draußen. Damit man schön dunkel machen kann, wenn man sich auf den Pott setzt. Okay, auch Klopapierrolle. Schön. Und dann einmal dieses Zimmer. Das ist ein... Was ist ein Zimmer? Ist das denn? Hier stehen irgendwelche Blumen und andere Pötte nach oben drauf. Ja, keine Ahnung. Zwischenzimmer. Irgendwas. Trophäenzimmer. Ja, Trophäenzimmer. Das sind Pokale, oder? Ich glaube, das soll ein Pokal sein hier. Sieht aus wie das Pokalzimmer. Ja, gut. Dann... Ich schätze mal, wer so ein Haus hat, hat ziemlich viele Auszeichnungen. Ich habe genau eine vom Wettlauf der Neunjährigen beim Kinderfußball. Dann... Ja, das hier müsste ich... Ah, okay. Schlafzimmer für die Hausherren, würde ich sagen. Nochmal... Ja, Gästebett ist es schlecht. Also Kinderbett oder so für nebendrin. Noch ein kleines Kind, das kein extra Zimmer hat. Und hier war es. Das dann auch schon. Also weiter hoch geht es gerade nicht, glaube ich. Das waren die beiden Etagen. Ich würde mal ganz kurz hier nach oben flubbern. Und mal von oben auf das Haus gucken. Wir haben es jetzt nur von unten gesehen. Gibt bestimmt ein paar Details, die ich jetzt gesehen habe oder so. Aber ja, macht Sinn. Oben Dachboden. Die haben ja sogar eine Satellitenschüssel drauf. Eine Satellitenschüssel auf dem Dach. Nicht verkehrt. Und hat hier so richtig in Bergen eingehangen. Und hinten ein bisschen verwuchert, verdichtet. Von außen vor den Fenstern hier sind Blumen oder irgendwelche Dinger noch. Das war krass von der Fassade. Das ist eine krasse Fassade, muss ich sagen. Sieht echt so hier richtig willenmäßig aus. Vielleicht hier diese, so Tempelmäßig, ne. So griechische Tempelmäßig mal diese. Egal. Entschuldigung. Ja, damit sind wir, glaube ich, einmal durch das Haus. Auch mal eine halbe Sekunde. Sind wir, glaube ich, über das Haus einmal drüber. Hier gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die man sich anschauen kann. An dir von außen gibt es ja noch eine ganz kleine Geschichte. Hier kannst du nach außen rausgehen. Oh, hier ist so viel kleines Zeug noch. Also hinter dem Pool kommst du hier raus. Und hier ist nochmal ebenfalls ein Brunnen. Oder Wasser, die du rausziehen kannst. Und eine Schaukel. Hey, die ist gut gemacht an sich. Die geht auch in, die geht auch in Vanilla eigentlich. Also was ist man da ohne Resource Pack? Ist ja Vanilla. Okay, und hier hinten haben wir ein paar Felder. Einen Garten, Gärtnerei so ein bisschen. Hier liegen Holzscheite am Boden rum. Eine leere Kiste, ein bisschen dreckiger. Eine Schaufel steht hier. Kisten und alles mögliche. Jetzt wird nochmal ein Spielerkopf. Ja, so eine kleine Gartenhütte. Mit Feldern nebendran. Kann man mal machen. Das ist noch ein Fass oder so. Und alles von Hecken umdichtet, damit hier nichts von draußen so rein kann. Ja, also mit dem Resource Pack sind halt mächtig. Mit dem Resource Pack kann man einiges machen. Und hier gibt es auch wahrscheinlich noch mehrere Anwesen. Also beispielsweise hier hinten ist da noch eins Sein. Das ist mit der andere Baustil. Aber ich weiß nicht, ob das auch besser ist. Hat jemand anderes dann gebaut. Hier steht, hat gebaut. Auteur, Unterstrich Zufall, Unterstrich. Wenn ich da rüber fliege, dann ist leider kein Name displayed. Also hier hätten wir jetzt einen Namen angezeigt. Aber ich habe es schon getestet. Vorhin habe ich leider keinen bekommen. Das ist echt krass. Da kann man sich wahrscheinlich hier eine Gegend aussuchen. Und dann kann man hier so nach Belieben bauen. Die Map ist halt cool. Die Landschaft ist cool. Hier unten will ich auch nochmal ein Haus. Vielleicht kann ich noch ein paar andere Sachen vorstellen. Die Leute, die hier waren, die haben gemeint, gibt es noch ganz viele andere Sachen zu sehen. 30 Städte und weiß ich nicht alles. Das ist nicht fertig hier und so Sachen. Wenn ich auch coole Sachen finde, coole Gebäude, werde ich die auch natürlich wieder vorstellen. Maps und so. Dies und das. Und hier hat ja jemand noch gezeigt. Hier unten geht es auch nochmal saftig nach unten. Das ist auch nochmal ein richtig fettes Haus. Aber ich glaube, es ist auch noch nicht fertig, weil zu wenig Detail. Aber die Einfahrt, schaut ihr euch mal an. Jo. Wenn das noch ausgestattet wird und alles. Auch noch alle. Naja. Soviel jedenfalls zu dem Video. Wie findet ihr das Haus? Schon mal ein besseres gesehen? Ein schöneres Minecraft-Haus? Ja oder nein? Und wenn ja, wo habt ihr es gesehen? Sagt mir das in den Kommentaren. Aber ich muss sagen, das ist wirklich das Beste, was ich bisher gesehen habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, das Gachen. Und tschüss. Bis dann, das Gachen. 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 Bis zum nächsten Mal.